Würde man im öffentlichen Wirtschaftsrecht auch sowas wie das Wort des Jahres oder das Unwort des Jahres suchen, Goldplating hätte wahrscheinlich ganz gute Chancen auf der Shortlist zu stehen. Goldenplating wird gelegentlich auch genannt. In dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, was unter Goldplating eigentlich verstanden wird. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Was ist Goldplating? Würde man nach einer Definition suchen, dann würde man wahrscheinlich relativ rasch einmal etwas in folgende Richtung finden. Bei Goldplating handelt es sich um die Übererfüllung durch den nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung von EU-Recht. EU-Recht kommt in verschiedenen Rechtsaktformen vor. Gesetzesähnlich gibt es zwei verschiedene Rechtsaktformen. Das eine ist die Verordnung und das andere ist die Richtlinie. Eine Verordnung gilt in allen Mitgliedstaaten, so wie sie geschrieben wurde, unmittelbar. Da muss der jeweilige Mitgliedstaat nicht noch erst seine nationale Rechtsordnung anpassen. Richtlinienrecht muss erst umgesetzt werden. Das bedeutet, dass Mindeststandards, die EU-weit eben vorgegeben sind, in der EU-Richtlinie enthalten sind. Und jeder Mitgliedstaat hat daraufhin die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung, in seine eigene Rechtsordnung diese Mindeststandards aus der EU-Richtlinie zu integrieren. Wenn der jeweilige Mitgliedstaat mehr macht, als in der Richtlinie vorgesehen ist, also quasi übererfüllt, dann könnte das Goldplating sein. Warum sage ich, es könnte Goldplating sein? Gerade im Bereich des Umweltschutzes, des Umweltschutzrechts im weitesten Sinn, gibt es nämlich auch den Artikel 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, des AEUV. Und genau in diesem Artikel 193 ist im Wesentlichen enthalten, dass Mitgliedstaaten, gerade um ein besonders hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen, natürlich auch strengere Regelungen erlassen können, als nur die Mindeststandards von beispielsweise eben EU-Richtlinien harmonisierend zu übernehmen. Das bedeutet, unter Umständen liegt gerade im Bereich des Umweltrechts nicht immer Goldplating vor, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Natürlich könnte man sich jetzt mit der Frage beschäftigen, braucht es denn diese Übererfüllung tatsächlich in allen Bereichen? Braucht es denn beispielsweise ein EDM im Bereich des Abfallrechts, wo relativ viele Informationen aufzunehmen sind, die in der Abfallrahmenrichtlinie nicht bereits enthalten sind? Braucht es die doppelt und dreifach abgesicherte Interessenabwägung beispielsweise im § 17 Absatz 5 UVP-Gesetz, die in der UVP-Richtlinie nicht vorgesehen ist? Zwingend ist das natürlich nicht alles als Goldplating zu betrachten, weil wenn sich der österreichische Gesetzgeber eben entschieden hat, hier ein besonders hohes Schutzniveau vorzusehen, hier über die EU-Mindeststandards hinaus zu gehen, dann ist das letztlich noch immer vom Artikel 193 a EUV gedeckt. Ob es gesellschaftlich, ob es politisch erwünscht, gewollt ist, das ist natürlich eine andere Frage, das ist keine rechtliche Frage mehr.